Hallo, ich bin Michael Bribram Mittelstürmer beim VfB Hüls Und Ich bin der Jan Ich bin Ehrenvertreiger Und ich bin der beste Ehrenvertreiter Ja, mein Name ist Georgi Mirzitsi, ich bin Links-Mittelfeldspieler und mein Spruch Say no to Rassismus. Hallo, ich bin Ahmed und ich bin Links-Mittelfeldspieler und ich habe zwei Tore. Ich bin Sebastian Rifatio Senovic, ich bin Sechser-Rosch-Rosch-Cousin. Ich bin Jaime Arcati, ich bin 17 Jahre alt, Zehner und ich grüße Maik und Arlen. Ich bin Afrodoldurch, ein Innenverteidiger und verfolge immer dein Ziel. Schemomet. Fußball, ein Traum, ein Ziel. Wir gewinnen dieses Spiel. Darf ich schon mal? Okay. Jo, was geht ab? Ich bin der Achim Mittelstürmer hier und ciao! Wasガtab Leute? Ich bin der Avaigessmitcjotis. Schaut ihr, wie ich das mache? Hallo, ich bin Maikel Bribram, Mittelstürmer beim VfB Hüls und süüüüüüüü! Ich bin der Niklas, bin 18 Jahre alt, bin Abwehrspieler und ich bin der Meinung, dass man nur dann 100% geben kann, wenn man auch selber mit sich selbst zufrieden ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017